Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu Surviving Mars mit mir, dem Bumble. So, ich drücke mal auf Play. So, wir sind ja in der letzten Folge stehen geblieben und zwar haben wir endlich dieses Gründerstadium überwunden. Und zwar können wir jetzt sagen, du kannst gleich nach Hause, sobald du jetzt hier das eine Metall noch, das eine Edelmetall noch eingeladen hast, was jetzt noch irgendwo hier gelagert ist. Ich weiß gar nicht wo, ob das jetzt hier gelagert wird. Äh, ne, da nicht. Dann wird das wahrscheinlich hier drin sein oder so, keine Ahnung. Ähm, wir können jetzt aber sagen, wir holen uns jetzt zu uns eine Passagierrakete nochmal runter, ne? Dafür würde ich jetzt aber sagen, wir müssen mal ganz genau achten, was wir für Leute runterholen auf dem Mars oder hochfliegen lassen, ne? Je nachdem, also ich würde sagen, wir bräuchten einen Botaniker, ja? Ähm, wir bräuchten, ähm, Servicekräfte. Gut, ich glaube, die haben jetzt keine besondere Spezialisierung, da können jetzt so irgendwelche Leute ohne Spezialisierung quasi rein. Ähm, wir brauchen Botaniker, Ingenieure, wir brauchen Geologen. Und ich glaube, das wäre erstmal unser Hauptziel, oder? Was bräuchten wir hier? Ingenieure, äh, Ingenieure. Also Ingenieure wäre schon mal gar nicht... Oh. Das erste Neugeborene auf dem Mars. Leider sehe ich es nicht. Äh. 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 Ja. Sieht man das jetzt hier irgendwie? Irgendwo? Erwachsener, 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 Erwachsener. Kind. Da ist ein Kind. Das allererste Kind. Ein, ein Junge. Äh. Hat keine Arbeits... Ist keine Arbeitskraft. Wo quartiert das? Äh, Spezialisierung keine. Okay. Auf dem Mars geboren. Okay. Alles klar. Äh. Ich würde sagen, wir machen einmal Pause. Und dann gucken wir uns jetzt ganz in Ruhe an. Wir brauchen, also, Altersgruppen, äh, Jugendliche und Erwachsener. Das ist okay, denke ich. Ne? Spezialisierung. Ähm. Da können wir jetzt einmal sagen, wir machen einmal gar nichts. Ähm. Wir brauchen denn Geologen. Ja. Für draußen. Für die Extraktoren. Botaniker brauchen wir. Mediziner brauchen wir jetzt nicht sofort. Ähm. Wir brauchen Ingenieure und Wissenschaftler eventuell auch, ja. Und das, ich denke erstmal, dass... Ja, und kein... Ähm. Passende Kolonisten 22. Das wäre ja schon mal gar nicht so schlecht. Ähm. Geschlecht kann alles drin sein. Das ist egal. Stärken. Äh. Wir könnten hier sexy. Und zwar aus dem Grund, dass die Geburtenrate erhöht wird. Also, ich habe mich so minimal durchgelesen. Ja. Die letzten, äh, Tage. Oder, ne? Äh. Äh. Gelassen. Promi. Heilig. Religiös. Gamer. Äh. Eigentlich... Ja gut. Eigentlich ist es... Eigentlich ist es, glaube ich, vorziehen. Wir machen alles. Komm. Wir machen alles. Ähm. Ähm. Stärken. Schwächen haben wir jetzt rausgenommen. Äh. Eigenarten. Genau. Das hat man alles. Gut. Ich würde sagen, ähm. Können wir hier sehen, wer jetzt alles mitkommt? Ach, das sind unsere Bewerberbegutachten. Okay. Ah, und jetzt kann ich sagen, okay, die sollen genehmigte Kolonisten zwölf. Also zwölf können wir ja insgesamt mitnehmen. So, wir haben jetzt hier einen Ingenieur. Eine Odette. Ist weiblich. Odette Benjamin. Aha. Okay. Ähm. Warte mal. Können wir das hier irgendwie sortieren? Können wir das jetzt aber nicht, oder? Im mittleren Alter, Erwachsener. Was heißt denn im mittleren Alter? Also, kurz schon vom... Okay, das sieht man jetzt nicht. Gut. Also, ähm. Warte mal. Wir belassen mal ganz kurz. Mediziner. Keine Spezialisierung. Komm, wir fangen jetzt mal mit Botaniker an. Jugendlicher Botaniker. Männlich. Äh. Würde ich sagen, ja. So. Dann würde ich noch gerne einen, äh. Einen männlichen Botaniker haben wir schon. Dann würde ich ja sagen, haben wir eventuell noch einen weiblichen Botaniker. Äh. Botaniker. Weiblich. Kommt sogar aus Deutschland. Okay. Nehmen wir mit, Belinda. So. Botaniker. Da haben wir noch einen Manfred. Äh. So. Jetzt haben wir zwei Botaniker. Kuch? Ist das jetzt wieder raus? Ja. Ist wieder raus. Ah, Mann. Okay. Ähm. Botaniker, Botaniker, Jerome. Dann nehmen wir noch den Karten. Wie heißt den Arvid? Ne, nehmen wir noch mit. So. Ähm. Senior werden wir nicht mitnehmen. Äh. Mediziner auch nicht. Und das in. Da. Äh. Marlene Schulz. Kommt auch aus Deutschland. Eine Ingenieurin. Okay. Nehmen wir auch mit. Was haben wir hier noch? Äh. Ich glaube auf dieser Seite war es das an sich erstmal. Ähm. Noch eine Ingenieurin. Äh. Ein Geologe. Ähm. Ein Ingenieur. Ein Wissenschaftler. Klingt gut. So. Vier Leute können wir noch. Das. Einen jugendlichen Geologen können wir auch auf jeden Fall gebrauchen. Erwachsener. Ah. Und einen noch. Kommt. Wir nehmen noch einen Mediziner mit. So. Starten. Gut. Ey. Das ist ja geil. Dass man so die Leute quasi so aussuchen kann. Wer wo mitkommt. Gut. Ähm. Das wurde gescannt. Dann können wir hier nochmal weiterklicken. So. Ist jetzt die Rakete hier schon beladen? Nein. Noch nicht. Es fehlt immer noch ein. Äh. Aber wir haben noch einen Edel mit. Halt. Das verstehe ich gerade nicht. Wo ist die eine? Hier ist er nicht drin. Na gut. Dann warten wir noch mit der Rakete. Gut. Dann können wir auch endlich. Äh. Arbeitsplätze wieder. Quasi neu besetzen. Ne. Und ich hoffe. Ich. Ich selber. Oh. Ich werde endlich mal wieder richtig. Gesund und fit. Ich habe immer noch so. So eine kleine Erkältung drin. Ey. Das ist. Das ist nervig. Ja. Vielleicht hört man das ja. So ein kleines bisschen an der Stimme. Das ist. Ah. Nervig ist das. So. Ich habe mir jetzt nochmal einen Kaffee gegönnt. Alles kalt. Weil ich noch harter bin. So. Gut. Dass ich einfach so mal schnell mein Mikrofon müden kann. Weil ich mal husten muss. Gut. 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 So. Achso. Wir wollten ja nochmal wissen. Wie das eigentlich ist mit der Weltraumbar. Wir müssen mal das hier. Das hier in Betrieb ist. Dieses Ding hier. Das Lebensmittelgeschäft. Da müssten wir quasi mal die Leute hier drinnen mal so Abschecken Ja, gerade bei Komfort, das scheint ja Den Leuten nicht ganz so Genehm sein, weil hier kein Verfügbares Servicegebäude ist Im Essen zum Beispiel Er möchte zum Beispiel noch trainieren Er möchte Einfach nur ein Servicegebäude, okay Haben wir denn eigentlich schon sowas wie seinen Trainingsplatz? Haben wir nicht Okay, ich wollte ja hier eigentlich mehr so Wohnquartiere Machen, nicht wahr? Äh, Freilauf Dings, können wir uns leisten? Oh, ist sogar ein ziemlich großes Pass auf, das bauen wir mal Ne? Dann baue ich, ähm Ich würde sagen, sogar noch ein Zweites Wohnquartier Hier rein Ähm, und Universität Wäre ja auch nicht verkehrt Besitzen wir eigentlich schon eine Kindertagesstätte? Was ist das hier? Ist das eine Kindertagesstätte? Ja Äh Bietet Wohnraum für Kinder Wo wohnt denn aktuell unser Kind? Du bist aktuell unser Kind, ne? Wohnst aber quasi in einem normalen Gebäude Okay Und wenn wir sagen, wir machen jetzt hier 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 könnte man Sicherheit, äh Wir haben kriminellen Aktivitäten und Abtreibungen entgegen Oder das ist hier die Besonderheitsverlust bei Katastrophen innerhalb der Kuppel Wie groß ist denn das Gebäude? Ein relativ kleines Gebäude Ich würde sagen, komm, wir bauen das mal Und dann warten wir jetzt einmal ganz kurz ab Ja, bis das hier alles wieder fertig ist So, hast du mittlerweile schon mal fünfe drinnen? Ne, hast du immer noch nicht, okay Wie weit bist du, Kollege? Noch nicht so weit, okay Gut, Stromknappheit Ah gut, das interessiert uns nicht bei diesen großen Speichern, den wir haben Äh, wie sieht's aus mit Beton? Okay, äh, wie sieht's aus mit Wo sind eigentlich meine Rovers? Haben wir eine, irgendwo eine Anomalie? Ne, okay, haben wir nicht Wo bist du gerade? Du bist, nicht voll Wir sind aber noch 40 Da Sagen wir das mal ein, bitte Danke Ich spüge mal ein kleines bisschen vor Das erste Kind auf dem Morse Das finde ich aber leider noch ein kleines bisschen schade Ähm Dass sie, dass sie nicht so übergreifend in der Kuppel rum und hin und her rennen Das ist schade eigentlich Oder man müsste Ich weiß nicht, wenn's, wenn's seine Bauwerke geben würde Dass man hier quasi diese Eingänge, also diese, seine Luftschleuse quasi da bauen könnte Das wäre auch noch genial Oder? Ich weiß ja nicht, wie das ist mit dem Düsenantrieb Das Ding, das, da bin ich übelst gespannt drauf Ja Seine Shuttles quasi, von Kuppel zu Kuppel Soll das ja sein Äh, da bin ich übelst gespannt drauf Weil dann hätte man die Kuppeln theoretisch ja nicht nebeneinander bauen müssen, ne? Ich hätte hier wirklich gerne seine Luftschleuse hier drüber Sodass sie halt, ja, überall rumgehen können Weil ich meine, man kann ja nicht alles oder nicht jedes Gebäude in der Kuppel bauen Ja, das ist ja einfach nun mal nicht möglich Außer man bekommt nachher irgendwie seine, keine Ahnung, Riesenkuppeln oder sowas So, jetzt müsste aber das eine Metall da sein Und ich glaube, da wird das gerade genau So, und dann können wir die Rakete endlich starten Wie sieht es da aus mit Treibstoff? Treibstoff haben wir genügend Sehr schön So, Prober Bist immer noch dabei Das ist auch sehr lumswert von dir So, ist dann heute eigentlich mal unsere allererste Drohne fertig Die denn so gebaut werden soll Ihr habt, äh, momentan Langeweile Hier, momentan, so wie ich das hier sehe, auch Ja, wahrscheinlich sowieso Aber ich würde sagen, hier unten Hier unten wird ja immer mehr Wirtschaft betrieben Quasi, ne Die bringen gerade die ganzen Rohstoffe für das hier runter Okay Hast du jetzt fünf? Ja, hast du Starte hin So, dann kriegen wir auch gleich wieder ein paar Geldmittel Weil so viel haben wir ja auch nicht mehr Die ist fertig So, eine Drohne ist jetzt fertig Und wo ist sie jetzt? Wo ist sie jetzt, die eine einzige Drohne? Ähm, 16? Wo ist diese eine Drohne? Schade, entweder habe ich jetzt nicht genau aufgepasst Aber waren die schon immer 16 drin oder waren ja 15 drin? Ich meine, im Prinzip kann sie ja eigentlich gar nicht hier hoch Weil das ist ja gar nicht mal in das Einzugsgebiet Äh, beladen mit nix Die Steuer von Drohnen habe Und welchen? Kann man das irgendwie nachgucken? Nicht Hm, wo ist jetzt die eine einzige Drohne hin? Gebäude, Leistung, Verbrauch Äh Verfügbare Drohnen in Fertigbauten Warte mal Verfügbare Drohnen in Fertigbauten Oder heißt das quasi hier? Vielleicht kann ich jetzt hier auch eine Drohne bauen Nur ist Verfügbare Drohnen Fertigbauten 1 Drohne bauen Ach, jetzt hat er sieben Ah Ah, so geht das also Alles klar Jetzt ist hier eine Drohne mehr Ah Clever, clever, clever So Hier ist noch Metall Mach mal Mach mal Mach mal den Ding noch voll Ne Gut Das läuft So funktioniert das Okay Jetzt haben wir wieder was dazu gelernt So Edelmetall müssen wir jetzt auch mal wieder langsam sammeln Also Nach und nach Pööpö Ne Er schafft ja quasi immer nur ein Edelmetall am Tag Ja 0,5 Produktion Die Arbeitsschicht geht ja quasi nur Oder was heißt nur Von 6 bis 14 Uhr Das müssen wir auf jeden Fall ein bisschen erhöhen Weil ich glaube Welches Gebäude war denn das? War das dieses Gebäude? Ja Dieses Gebäude braucht Edelmetalle Also um Elektronik herzustellen quasi Oh das dauert noch ewig Bis das fertig ist Aber na gut So ist das So unser Kollege ist voll Warte mal Da haben wir noch sehr viel Metall Komm Bring das mal hier her Was fehlt denn hier noch? Hier fehlt es noch am Beton Hier auch Das Ding ist fertig Gut Dann können sie sich da zumindest Schon mal ein bisschen In der Sportanlage ausruhen Hier haben sie einen Basketballkorb Hier haben sie Für Klümpzüge Laufen können sie hier Was können sie denn hier noch? Mehr nicht? Naja gut Das soll ja auch erst mal reichen Als kleine Trainingsanlage Wir bräuchten echt mehr Beton hier unten Und die stehen alle rum Könnt ihr Hallo Könnt ihr nicht das Beton hier runter bringen? Schade Dass man denen nicht so direkte Befehle geben kann Also Ihr macht mal das Bisse Nope Schade 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 So Wie weit ist denn die Rakete? 88% Na das passt doch Da kommt unser Unser ferngeschauter Rover Komm Junge Komm Du bist auch bis hier dran Komm schon So Strom sieht noch alles gut aus Das sieht noch alles schön aus Forschungslabore Ja Das wird sich ja hoffentlich Bald ein wenig ändern Und zwar Genau Wir haben ja glaube ich ein oder zwei Ich glaube ein Wissenschaftler haben wir noch dabei Der kommt dann natürlich da auch mit rein Der hat ja dann auch quasi Arbeitsplatz Das muss ich denn halt nur Ich hoffe dass die sich gleich automatisch so ein bisschen so sortieren Wie sie es müssen Oder dass ich das nachher alles separat sortieren muss Mal gucken Mal gucken Mal gucken So Auslastung gering 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 So Ich glaube ich werde mit dem Transporter Ähm Nochmal eine ganze Ecke mit Beton hier runter bringen Oder Beton brauchen wir auf jeden Fall hier unten Sieht eigentlich aus mit Nahrung 71 haben wir da Ja Wir produzieren eine Nahrung Und haben einen Nahrungsverbrauch Das ist doch ganz gut Botaniker kommen ja auch nochmal zwei dazu Ich denke mal das passt So Rakete 100% Okay gleich ist er ready Gleich ist er ready Ich werde sie auch hier vorne wahrscheinlich Da ist er Ich werde sie wahrscheinlich hier lagern Genau Sporter verbieten Genau So Du lad mal bitte Beton ein So Jetzt kommen die nächsten Kolonisten Sehr primchen fein Sehr primchen fein War die Polymerproduktion Nicht mal höher Auf 3 Und jetzt wird hier nur noch 0,7 angezeigt Ja Falscher Arbeitsplatz Ich weiß So Jetzt kommen sie alle Da kommen sie Da kommen sie Die kleinen Das sind genau die Personen Die wir auch wirklich ausgesucht haben Ja Schön Schön dass das sie klappt hat So Odette Natalia Natalie So Gut Jetzt Ist natürlich die Frage Wo werden die jetzt alle leben Wo werden die jetzt alle arbeiten Ne Ich werde erstmal Die ganzen Jobs wieder aktivieren Was haben wir hier Eine Kunstwerk Genau Achso Das hatte ich ja so gestoppt So Es fehlt aber jetzt überall So ein bisschen am Personal So Jetzt müssen wir theoretisch Ähm Aber ich glaube Das werde ich Äh In Oski machen Und dann werde ich euch Das ganze in Ruhe zeigen Ich werde das jetzt mal Alles sortieren Quasi Ne Ähm Die ganzen Leute Äh Die ganzen Spezial Ich sage mal Spezialfähigkeiten Ähm Ihr Rover Entlade Oder ich lasse mal ganz kurz Noch ein bisschen weiterlaufen Äh So Forschungslabor Wir haben jetzt hier Zwei Wissenschaftler Ich glaube aber Wir besitzen Wissenschaftler Sechs sogar Warum haben wir so viele Wissenschaftler Äh Achso ja Okay Alles gut So Du arbeitest wo? Du arbeitest schon im Forschungslabor Okay Du arbeitest auch im Forschungslabor Du bist ein Kind Du bist ein Wissenschaftler Und arbeitest in der falschen Stelle Arbeitsplatz festlegen So Danke So Ich glaube dann haben wir das Forschungslabor Erstmal gut belegt Ähm Ähm Mediziner Ähm Wie viel haben wir denn da? Wir haben drei Mediziner Das heißt wir müssen jetzt den dritten Mediziner quasi finden Ähm Du arbeitest auch am falschen Punkt Ähm Da ist ja schon wer Da ist ja schon wer Agnes reingegangen Äh 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 Keine Ahnung Äh So Mediziner Mediziner Gut Das Krankenhaus ist also jetzt täglich besetzt Ähm Ähm Einer ist arbeitslos Das ist richtig Du darfst gleich hier arbeiten Mein Freund So Äh Äh Warte mal Warte mal Das Gebäude hab ich Kunsthandwerk Äh Äh Was haben wir denn hier drin für einen Hier haben wir einen Botaniker drinnen Das ist natürlich auch scheiße Okay Die tauschen ihre Arbeitsplätze echt wie sie Bock haben Ja Habe ich das Gefühl Das ist ja Äh Noch ein kleines bisschen Äh Kompliziert Ich kann jetzt nicht sagen Ingenieur Botaniker Ja Arbeitet An Ich An 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 Wer ist das Du bist jetzt der Du bist jetzt der Botaniker Dich hab ich hier rüber geschickt Ah Jetzt geht's Okay Jetzt ist er hier drüben Und wo ist der andere Den ich rüber geschickt habe Äh Eine Malie gefunden Okay Du warst fast leer Ne Du bist ja wieder voll Das ist ja Präsenz Dann belade dich bitte Nochmal mit Beton Ja Zwei funktionierende Nicht funktionierende Gebäude Okay so Botaniker 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 Hat Minus Moral Warum hat der Minus Moral Kein verfügbares Servicegebäude Okay Da brauchen wir jetzt auch noch Meine Arbeitskraft Die haben sich jetzt wirklich Alle hier drüben Eingenistet Ja Äh Wir haben so viele Wissenschaftler Wo arbeitest du gerade Du arbeitest gerade Im Diner Okay Das ist hier Und du bist Wer Keine Spezialisierung Du kannst hier drüben bleiben Funding received Oh 110 Millionen haben wir bekommen Für unsere Exporte Schön Äh Ein Kolonist der in diesem Gebäude wohnt Ein Kolonist der in diesem Gebäude wohnt So wer arbeitet denn hier alles Geologe Geologe Und All Botaniker So du gehst jetzt hier rüber Bitte Danke Ne So was braucht man hier Hier braucht man Ingenieure Besitzen wir denn Ingenieure Äh Offizier Du bist da Dann haben wir unsere drei Botaniker Genau Und du hast Drohnenfabrik Ah genau Da kannst du doch bleiben So jetzt muss ich hier nun langsam Ich muss hier mal langsam sortieren Geologe Wo arbeitest du Du arbeitest im Metall Extraktor Das ist richtig Das ist richtig So Edelmetall Geologe Und Äh Ah ne Das Geologe Das passt auch Gut Äh Wem haben wir denn hier Wir haben hier einen Ingenieur Das passt auch Wir haben hier einen Wissenschaftler Okay Das passt zwar nicht ganz Aber ist okay Was ist das hier Weltraumbar Ist auch ein Wissenschaftler Haben wir keine Ingenieure mehr Hier haben wir einen drinnen Äh Hier haben wir drei drinnen Vier Also fünf Insgesamt Äh Ingenieure Ne Vier Hä Du warst ein Ingenieur Ihr drei Wartel aber auch Ingenieur Oder Ne Du bist ein Wissenschaftler Du bist theoretisch Am falschen Arbeitsplatz Darum kriegst du jetzt Einen neuen Warum darf ich Ihnen das Gebäude Jetzt nicht zuordnen Das ist manchmal Sehr strange Äh Begelein Ausflösschen Kolonist Der Kolonist Wird dann sein Ausflöss Für die nächsten Fünf Sollts Nicht wechseln Sollte sich Das Ziel In einer anderen Weit entfernten Kuppel befinden Eventuell Schatten Nötig Um es zu erreichen Okay Die Kuppel Echt zu weit Entfernt Dafür Okay Wir brauchen Diese Schatte Das steht Ja auch Nur mal fest So Was war denn Das hier Das war Elektronik Fabrik Wie sieht es aus Mit unserer Elektronik Okay Das kann man Noch verkraften Sagen wir mal Was war das Hier gerade Für Knall Hä Okay So Äh Gut Ey Wir sind ja schon Bei 30 Minuten Holla Wie weit Fäh Jut Meine Freunde Ich würde sagen Wir sehen uns In der nächsten Folge Wieder Was gut Die Euer Bumble Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal